Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Zimmer Duell. Heute mit Jérôme Roussillon und Kevin Paredes. Hallo ihr beiden. Hallo. Dann fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Wer von euch braucht länger in der Kabine? Erster Punkt. Richtig, sehr gut. Wer von euch beiden gibt mehr Geld aus? Dritte Frage. Wer von euch beiden ist die größere Schlafmütze? Wer von euch beiden meckert mehr? Kein Punkt. Wer von euch beiden ist die größere Labertasche? Klarer Punkt. Sehr gut. Wer kann besser singen? Kevin hat direkt geantwortet. Sehr gut. Nächster Punkt. Wer ist Emotionaler? Kein Punkt. Wir werden einen anderen senden. So? Nein, nein. Er hat gesagt, du. Ich kann mich nicht sagen. Wer von euch ist Social-Media-Süchtiger? Who spends more time on Social-Media? Klarer Punkt. Wer ist der schlechtere Verlierer? Sehr gut. Sehr gut. Wer von euch besitzt mehr Paar Schuhe? Ah. Kein Punkt? Nein? Nein. Du hast viele Schäuze? Ja, Mann. Du weißt die gleiche Paar jeden Tag. Ich weiß nicht. Nächste Frage. Wer von euch beiden ist romantischer? Kein Punkt. Bruce, komm an. Du, Mann. Komm an. Nein. Wer von euch ist morgens besser gelaunt? Oh, warte, 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 warte. Ja, ja, ja. Kein Punkt? Nein, Bruce. Du? Du bist in der... Ja, ja, ja. Oh, du hast das gemacht? Nein, nein, Bruce. Ich bin immer in der besseren Bewegung. Nein, Bruce, Bruce, du kennst das. Ja, ich weiß. Wer von euch kann besser Witze erzählen? Nein. Kein Punkt? Kein Punkt? Wo hast du das? Du. Ich schaue dir, Bruce. Auch wenn ich nicht verstehe, du hast deine Zeit, aber ich schaue. Wer von euch hat den besseren Musikgeschmack? Kein Punkt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm. Letzte Frage. Wer von euch fährt besser Fahrrad? Ich schaue dir. Ich schaue dir. Oh, ja. Ja, genau. Ich schaue dir. Du erinnst. Du hast 6 aus 15. Wie glücklich bist du mit dem? Ich bin ein bisschen entspannt in den Rüssen. Ich dachte, wir kennen uns ein bisschen mehr, aber es geht's. Okay, das war's. Vielen Dank. Danke schön, Kevin. Danke schön. Danke, Rüssen. Für gar nichts.